hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video zu die siedler online wir befinden uns heute auf dem test server von dso dort gibt es ein paar neue skins die ich euch natürlich erst mal vorstellen möchte mit diesen skins könnt ihr verschiedene gebäude im spiel im aussehen verändern im dso forum gibt es eine seite die heißt neue inhalte und veränderung auf dem test server die möchte ich euch auch hier mal neu vorstellen bzw neu ist sie nicht aber hier werden halt alle änderungen und neuheiten auf dem test server in schriftlicher und bildlicher form dargestellt und dort könnt ihr euch eigentlich auch einen guten überblick über die neuen sachen oder funktionen informieren das problem für dieses video ist hier wenn ich mal runter scrollen ohne jetzt zu schneiden gibt hier verschiedene sachen die immer wieder verändert werden auch das aktuelle halloween event was zurzeit noch läuft ist hier natürlich auch mit drin aber da habe ich ja schon ein video zu gemacht wir scrollen jetzt einfach mal weiter runter und zwar übersicht der neuen inhalte 6 der 10. 2023 test server ihr seht keine bilder ihr seht hier keinen großartigen text was es halt auszeichnet was es kostet und 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 also so liebe zum detail hat blubert hier wohl etwas an zeit und an mühe gespart das ist in der letzten zeit ja zieht das leider wie so einen roten faden durch deswegen informiere ich euch ja in diesem video einfach mal damit ihr auf jeden fall diese informationen habt und euch selbst entscheiden könnt ist das was für euch also die neuen skins oder halt nicht und diese skins die ich euch hier beziehungsweise die hier halt vorgestellt werden das sind nur die allerneuesten es gibt auch noch welche ich euch natürlich auch gleich zeigen werde die wurden hier gar nicht erwähnt also diese ja die gehen sind halt so durchgegangen und wurden hier nicht mehr vorgestellt aber die möchte ich euch natürlich auch zeigen und es ist übrigens auch eine wartung ich glaube die fünfte oder so mittlerweile im halloween event 20 23 daher muss ich oder beziehungsweise deswegen kann ich auch das video auf dem test server für euch machen um die zeit halt zu überbrücken leider laufen halt alle felder und ja vielleicht auch ungebufft also da muss blubert mal so ein bisschen wieder an das server stabilität einfach mal arbeiten da habe ich ja im letzten video auch schon einiges zugesagt kommen wir nun zu den lari skins es gibt insgesamt drei stück die kosten jeweils 1 999 edelsteine sie sind unlimitiert das heißt ihr könnt sie so oft kaufen wie ihr möchtet der erste skin ist halt der lari warenhaus also warehouse könnt ihr alle lagerhäuser die einer baufläche von 2x2 auf eure insel gebaut werden können halt in diesem stil umändern das zeige ich euch natürlich auch gleich in verschiedenen lagerhäusern dasselbe dieselben kosten sind für alle wohnhäuser die auf einer baufläche von 2x2 gebaut werden können und natürlich die beiden kasernen werden auch optisch könnt ihr sie halt dann dementsprechend ändern die kosten sind hierfür dieselben die skins befinden sich im stern menü in der mitte mit den drei kleinen sterne könnt ihr sie halt finden und ganz runter scrollen und dort sind da die ganzen skins als erstes möchte ich euch die beiden skins für die ja für die normale kasern und für die elite kasern einmal zeigen das blöde dabei ist wir haben ja auch noch die kampf akademie und diese kann leider mit diesem buff nicht verändert werden was ich eigentlich sehr schade finde weil die normal und die elite können wir ändern dann sieht das einheitlich zwar aus im aussehen aber dann sprengt wieder die kampf akademie wieder da so raus und das finde ich dann halt auch wieder nicht schön aber okay das ist halt nur meine persönliche meinung oder mein geschmack dazu wir nehmen mal die skins und wir setzen beide auf die jeweiligen kasernen und in ein paar sekunden später sehen sie halt gleich aus ihr könnt natürlich jetzt nur anhand des namens noch unterscheiden welche kaserne für was ist aber somit sehen die aus ja das aussehen sieht dann halt gleich aus vielleicht habt ihr es auch gesehen die kampf akademie kann leider nicht verändert werden das finde ich einfach schade da sollte dubai das dann auch mal ändern für leute die das auch ändern möchten und dafür auch dann echt geld dementsprechend für edelsteine ausgeben um diese für die skins ausgeben zu können die kosten sind ja knapp 2000 edelsteine das sind die kosten für die permanenten aussehen das heißt die werden für immer so angezeigt werden ihr könnt natürlich die jeweiligen sachen auch 15 tage einmal testen sozusagen kosten jeweils dann 75 edelsteine wenn das für euch ist ist das auf jeden fall eine kostengünstige sache um das erstmal zu testen um es ja ob es euch gefällt oder halt nicht die frage die sich natürlich dann auch kommt das werde ich jetzt auch direkt am anfang zeigen es gibt den buff das dritte auge dort könnt ihr die aussehen mit verändern bzw wieder mit zurücknehmen wenn ihr euch mal ja entscheiden sollte das alles wieder rückgängig zu machen den skin ist natürlich auch wieder im stern menü zu finden hier ganz unten so sieht er aus und den könnt ihr auch für jeweils ein fisch unlimitiert im shop unter gebäude skins ganz unten ja holen und dann werden wir das jetzt auch mal testen um euch das auch mal zu zeigen wird mir natürlich auch gefragt ob man das auch wirklich wieder wegnehmen möchte klicken wir natürlich auf den hatten und ein paar sekunden später sind die kasernen wieder in der alten form und das könnt ihr natürlich mit den ganzen lagerhäusern oder wohnhäusern die ich euch heute natürlich zeige oder auch in zukunft genauso machen kommen wir nun zu den lari skins für eure wohnhäuser ich habe hier exemplarisch einfach mal ein paar aufgestellt das soll euch nur symbolisieren dass hier verschiedene gebäude mit einer baufläche von 2 x 2 dementsprechend an wenn könnt die skins wie gesagt in der mitte ihr könnt sie auswählen einfach drauf setzen paar sekunden später ändern sich auch dort das aussehen in einem einheitlichen stil und das könnte auch selbst auch auf die wundersamen wohnhäuser setzen das möchte euch natürlich auch zeigen dass was dann geht und das ändert sich dann dementsprechend auch auch hier nämlich mit dem dritten auge den bach wieder weg dasselbe gilt für die ganzen 2 x 2 lagerhäuser und zwar ich habe hier auch ein paar exemplarisch aufgebaut das könnt ihr natürlich mit ja mit allen verschiedenen machen aber bei fast allen anderen sollte es gehen zumindest die die ich jetzt exemplarisch aufgestellt habe eine kleine randinformation zu den ganzen skins die permanenten wenn ihr sie auf einem gebäude halt setzt gehen die natürlich auch aus eurem stern hinaus also sie gehen halt dann weg weil ihr sie ja natürlich benutzt ich habe jetzt noch ein skin um das lagerhaus hier zu verändern aber ich möchte euch halt zeigen wenn ihr zum beispiel sechs stück hier gekauft habt so wie ich ist natürlich nur noch eins im stern weil ich ja nur noch eine möglichkeit hätte um das da drauf zu setzen aber ihr müsst keine angst haben wenn ihr die skins hier mal wieder weg machen möchtet könnt ihr das wie gesagt mit dem dritten auge machen und dann paar sekunden später ändert sich natürlich das durchsprünglich aussehen und die skins in klammern die permanenten skins gehen wieder zurück in euer stern menü das heißt sie sind nicht verloren ihr habt die bildsteine nicht für umsonst ausgegeben das heißt ihr könnt sie auch für die zukunft ja dann verwahren und für andere gebäude dementsprechend anwenden wenn ihr das natürlich möchtet wie sie sehen sehen sie nichts das ist natürlich jetzt hier die informationen die ich euch ja gerade schon mal gezeigt habe die ganz ganz neuen skins diese ganzen kristall sachen geben jetzt natürlich auch auf dem test server durch weil hier findet ihr wie gesagt keine informationen deswegen zeige ich euch das in der videoform von den ganzen kristall sachen gibt es insgesamt sechs sachen die ihr im shop kaufen könnt dafür gibt es vier einzel skins die ihr kaufen könnt und zwei pakete die halt mehrere skins in einem paket zusammengeführt haben die ersten vier skins die ich euch zeigen und natürlich auch vorstellen möchte kosten jeweils 1.999 edelsteine auch hier alles unlimitiert das erste könnt ihr ihr anwenden auf euren rathaus das aussehen zeige ich euch natürlich auch gleich dann der nächste skin wäre für eure taverne der nächste skin ist einmal für eure raritäten proviant lager bzw für eurer proviant lager mit dem letzten der vier skins könnt ihr alle eure wohngebäude mit einer baufläche von 2 x 2 verändern auch dieses werde ich euch zeigen kommen wir zum ersten paket für 6.999 edelsteine dort befinden sich vier skins drin und zwar die die ich euch gerade gezeigt habe für die taverne für das proviant lager für das rathaus und für eins der häuser das zweite paket kostet 5999 edelsteine und dort sind vier ins drin für wohnhäuser mit einer baufläche von 2 x 2 wo ihr das aussehen mit anpassen könnt beziehungsweise auch verändern könnt kommen wir zur praxis der erste skin damit könnt ihr euer rathaus ändern ihr nehmt den natürlich auch aus dem stern menü setzt es auf das gebäude und ein paar sekunden später ändert sich das aussehen in diesem ja ist ja pernöstlichen stil würde jetzt einfach mal sagen der nächste skin ist für beide ja das raritäten provient lager und das provient lager ich habe sie natürlich hier schon mal aufgestellt das raritäten provient lager und provient lager den skin gesetzt auch dort paar sekunden warten ändert sich das aussehen genauso wie das rathaus ich habe natürlich auch schon mal ein paar andere neue gebäude auf der insel gemacht um euch zu zeigen dass es auch mit anderen zweimal zwei wohngebäude funktioniert und zwar wir nehmen natürlich dann wieder den skin zum beispiel auf den eispalast geht es halt auch auf die spukvilla also eigentlich auch das hier nur sporadisch und als symbol auf welche gebäude ihr das hat setzen können das aussehen sieht immer gleich aus den letzten damit könnt ihr eure taverne dementsprechend ändern ich habe die taverne natürlich hier aufgestellt so sieht sie im original aus und auch hier den skin angewendet ändert sich das aussehen genau in diesem stil eventuell ist dem ein oder anderen schon mal aufgefallen bei den skins die ich euch jetzt als letztes vorgestellt habe und den kristall dingern da fehlen leider die skins für die lagerhäuser das ist halt immer wieder so nichts halbes und nichts ganzes entweder so bluweit mal skins für alles dann dementsprechend anpassen oder herausgeben was natürlich auch ein ja eine investition mehr sein könnte das heißt leute können da auch dann vielleicht ein bisschen mehr dann noch investieren aber da tut sich bb leider keinen gefallen mit wenn sie halt für verschiedene unterschiedlichen sachen unterschiedliche skins herausbringen und das finde ich halt ein bisschen schade aber zumindest habt ihr jetzt alles mal gesehen jetzt in der letzten zeit neu dazugekommen sind ich hoffe euch haben sie gefallen bzw ich weiß jetzt nicht ob ihr sie natürlich schön findet und sie euch holt könnt ihr mir gerne meinen kommentare schreiben welche ihr euch holt oder halt auch warum ihr eventuell das nicht holen wollt einfach mal ein bisschen da ja einfach was zu schreiben wenn ihr das möchtet gerne den kanal abonnieren damit verpasst ihr auch kein video mehr in zukunft nachher zum schluss möchte ich natürlich auch sagen dass von den kristall sachen keine skins für die kasernen gibt also nur so als neben informationen so das soll es jetzt aber sein ich wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten video und wir sehen uns auf wiedersehen